Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um eine Sache, die wir kostenlos bekommen können. Dafür müssen wir was Bestimmtes tun, aber da würde ich schon sagen, Leute, bevor wir damit anfangen, das Gewinnspiel läuft wirklich nur noch heute diesen Tag. Das heißt für euch, macht auf jeden Fall mit, ihr müsst abonnenten des Kanals sein und müsst Hashtag Frapsi150k kommentieren und schon seid ihr dabei und ihr könnt auf jeden Fall 100x 10€ Guthabenkarten gewinnen, Controller, Fortnite-Defrees-Bundle und Nintendo Switch. Und alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Macht gerne mal mit, würde mich persönlich mega freuen. Und jetzt würde ich aber sagen, wir haben genug gequatscht, kommen wir zum eigentlichen Video. Let's go! So, Leute, ihr habt wahrscheinlich aus dem Titel gelesen, worum es bereits schon geht. Wir bekommen wieder ein kostenloses Bundle, doch wir müssen dafür etwas Bestimmtes tun. Ja, dafür muss man auch Real-Life-Geld ausgeben. Aber trotzdem ist es irgendwie etwas, was euch, denke ich, jetzt mal nicht so schwerfällt, weil ihr vielleicht schon daran dachtet, das Ganze zu tun. Um was geht es denn hier eigentlich? Und zwar, Leute, bekommen wir das Counter-Attack-Bundle, soweit ich jetzt weiß. Später sollen wir auch nochmal was anderes bekommen, aber das Bundle an sich heißt Counter-Attack-Bundle. Wir bekommen auf jeden Fall den Reflex-Charakter dazu, wir bekommen die Reflex-Spitzhacke, wir bekommen den Reflex-Gleiter und 2000 V-Bucks obendrauf, inklusive dem Rücken-Accessoire natürlich. Und das Ganze ist so, dass ihr halt für dieses ganze Bundle etwas Bestimmtes kaufen müsst. Und zwar, Leute, muss das dementsprechend leider eine Nvidia-Grafikkarte sein. Und zwar, wenn man sich so eine Grafikkarte dann zulegt, bekommt man das Ganze halt kostenlos oben drauf. Klar, es ist jetzt so eine Sache, ihr denkt euch jetzt, oha, Digga, Fraps, was ist das für ein Titel, Digga? Du sagst, äh, ja, kostenlos hier und da. Ja, klar, Leute, das Ganze bekommt ihr natürlich kostenlos, aber ihr müsst halt dementsprechend natürlich etwas kaufen. Das, was ihr natürlich kaufen müsst, ist halt dementsprechend eine Grafikkarte. Das Ganze ist wie bei dem Galaxy-Skin, und zwar, wenn ihr euch das Ganze dann gekauft habt, müsst ihr damit nur eine Runde spielen. Und sobald das dann abgeschlossen ist, bekommt ihr den Skin an sich. Ihr müsst entweder eine GeForce GTX 1070 Ti, 1070 oder 1060 kaufen. Danach bekommt ihr das Ganze, ihr baut das in eurem PC ein und dann bekommt ihr sozusagen die Belohnung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Ganze auch so ist, wenn ihr bereits sowas besitzt. Das heißt, wenn ihr schon sowas habt, dass ihr dann das Ganze bereits gut geschrieben bekommt. Ich denke eher nicht, ihr müsst auch auf der offiziellen Seite von NVIDIA das Ganze bestellen. Dazu packe ich euch natürlich einen Link gerne unten in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr halt draufgehen und euch das Ganze gerne mal reinziehen. Wie ich bereits sagte, ihr müsst auf jeden Fall das Ganze über die NVIDIA-Seite kaufen, weil ich glaube, dass man den Code dann sonst nicht bekommt. Das ist ein Gegner, wir attackieren immer ganz kurz. Okay, Leute, wir sind leider Gottes gestorben. Einen haben wir noch mitgenommen, aber was will man machen? Naja, wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wie ich bereits sagte, ihr müsst auf jeden Fall die GeForce GTX 1060, 1070 oder die 1070 Ti kaufen. Dann, Leute, bekommt ihr das Fortnite Counter-Attack-Set kostenlos obendrauf. Und wie viel sowas kostet, da solltet ihr am besten dann selber nochmal vorbeischauen, bevor ihr jetzt einen Herzinfarkt bekommt. Aber auf jeden Fall liegen die Preise so zwischen 250 und 400 Euro. Aber wer schon bereits daran gedacht hat, sein PC aufzurüsten, ist jetzt natürlich hier an der Stelle perfekt. Denn er kann jetzt hingehen, kann sich sozusagen das Ganze kaufen und bekommt dann einen Code hingeschickt. Beziehungsweise ihr bekommt ihn dann per Mail oder sonst was. Soviel auf jeden Fall dazu. Ich wollte euch einfach hier darüber informieren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Teilt mir bitte gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wäre da mal raus, Leute. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao. Ciao.